Für Gothic, dem Erntag, gibt es verschiedenste Taktiken. Wir beschränken uns hier auf die simpelste. Stellt euch alle auf die lebende Seite und lasst die untote Seite unbesetzt. Besiegt nun alle Gegner der lebenden Seite und nach zweieinhalb Minuten öffnet sich dann die untote Seite. Ads einsammeln, gezielt mit allem was ihr habt umbomben. Danach kommt Gothic selbst nach unten. Antenken lassen und umhauen. Alle paar Sekunden Caster der Seele ernten, welcher bis zu neunmal stapelbar ist und alle Werte um 10% verringert. Ein Soft Enrage also, welcher aber nicht allzu dramatisch sein sollte. Solltet ihr mit der AOE-Taktik keinen Erfolg haben, verteilt in Phase 1 eure Tanks und Heiler auf beide Seiten und schickt eure Nahkämpfer auf die Untote und eure Fehrkämpfer auf die lebende Seite.